Und Hallöchen, willkommen wieder zurück bei dem Bau von unserer Spuellenplatte, bei mir, dem Baureihe 9932 Freak. Ja, wir machen weiter, wie in Ausgabe 40 heute erklärt wurde. Ich mache das Video am Freitag, wo die Ausgabe kam, aber es kommt deshalb morgen ab dem Samstag, also für euch dann so gesagt heute. Also wir machen jetzt weiter mit dem Bau von den Bahnhürungen, bei der soll ja jetzt befestigt werden auf der Platte. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal machen. Das haben wir ja auch nochmal selbst genommen. Da ist es ja auch so erklärt, was. Man soll irgendwas nehmen, irgendwelche Holzplatten oder irgendwas, was genauso hoch ist, wie die Gleisunterlagen selber. Die haben wir ein paar alte genommen, die sie benutzt haben. Und ich habe noch ein paar Überreste davon gefunden, die ich mal auseinander geschliffelt habe. Die werden ja bestimmt hochgehen, ne? Also, muss eigentlich bestimmt ein bisschen festgekehrt ausprobieren. Also, das hält. So, dann haben sie eigentlich damals erklärt, wo das erste geschottert, wo da am Gleis ist, dass hier drinnen nicht geschottert werden soll, ne? Und jetzt ist hier auf immer schottert und da, wo der Warnhörer herkriegen soll. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe da jetzt schon geschottert und ich habe da auch jetzt braune angemalt, das habe ich. Ja. Und dann müssen halt die Holzdinge halt erstmal ran halt. Und dann muss man halt mit Sekundenkleber, äh, das Ganze festkleben halt, ne? Hier. Sekundenkleber und das dann halt hier so festkleben. Und das halt mit dem anderen genauso machen. Und dann halt das Teil in der Mitte auch dann da befestigen. Und dann wurde er halt nochmal hier mit, ich war hier nochmal so tief befestigt durch. Das werde ich dann auch nochmal machen. Und warum sie hier eigentlich nochmal hier rüber gemacht haben, verstehe ich nicht. Ich mache das nicht. Jetzt denke ich schon fest, der ganze Schotter. Und, ähm, ja. Also, soweit ist das. Ja. Das, äh, werden wir dann also jetzt einfach mal machen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.